hallo schön und willkommen zurück zu let's play the binding of isaac wir sind hier gerade noch haben uns letztes mal über den raum da oben gefreut und wir wollen auf der ebene nichts mehr machen und schweiß auf wo waren gerade mit unser heiligen schein was hatten wir für item sache ja wir hatten nur der mensch ab ich weiß gar nichts mehr gerade ein schlüssel sehr gut ja und die schöne bomben was da ich habe ihn bläst noch mal wurden schon zweimal geheiligt bämm und bomben ja für vier münzen gebe ich jetzt keine bombe weg auch was zum die sattentäter nerven irgendwie und nein 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 kreative ich hasse dich hier können wir keine münzen okay so karo karte will fortune er beschwürt uns einfach einen automaten ah Gott geh weg geh weg wir sind so tot wir sind tot sehr gut nein nicht sehr gut noch eine Runde ich hasse solche Räume die einfach nur komplett random sind geh weg Spinne geh weg sehr guter Stott für die Folge direkt gestorben ok sehr gut oh Gott ihr paar fliegen ihr könnt mir jetzt auch nichts anhaben geht weg wir haben Attack Fly ist ja nicht so das schlechteste Larry Junior komm her Larry au sehr gut Fliege ist das einzige was ihm gerade Schaden macht gerade so dumm oh sehr gut zur Fliege räumt auf wir helfen ein bisschen mit Dog Food Dinner na gut Dinner ich höre zum Abendbrot eigentlich jetzt nicht so gerne Hundefutter aber naja wenn es hilft naja wenn es hilft geht weg geht weg kein scheiße so zack zack haha ich fliege getötet um den Kackhaufen aufzumachen Bombe Bombe oh man da geh weg fliege das du du bist böse Spinnenknochen bla bla eine Bombe ok wenigstens haben wir eine Bombe wieder nein wo ist der Goldraum das ist kein Goldraum sehr schocken da oben das war kein schwerer Raum los was kriegen wir für ein Item wow war wieder curse up so verflucht sind wir gar nicht auch wenn wir ein bisschen komisch aussehen aber wieso sind wir so viele goldene Thronen ich habe keine Schlüssel das wird vielleicht noch in einen reingucken WIDOW unsere Flieger hat wieder erheblichen Schaden zugefügt unsere Flieger hat wieder komplett getötet was 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 haben wir gern lockt something from the future rotten meat aber cool wir haben mal wieder was gern lockt keine Ahnung wofür man das kriegt und 50 Bosse töten ohne Mama einmal besiegt zu haben und wir haben schon wieder ein Lebensupgrade kommt er hier oben ist ja kacke komm her blum 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 nur noch einer yes chariot ähm das macht uns glaube ich schon wieder hohen was ist das das ist glaube ich die Karte die das gleich macht wie my little unicorn sprich sie gibt es in Verwundbarkeit und macht Schaden kurze Zeit wieso ist das eigentlich immer in Kombination hier ihr Viecher da lustiger kaufen so unfair sterbt doch hier wie viel Leben habt ihr denn bitte u 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 das muss jetzt sein was haben wir haben eine bombe ich brauche ein schlüssel los geht's nein ihr seid kein schlüssel erwarte wie weit ist denn der dieser sprengradius bitte stürb danke der erste ist weg der zweite ist weg die letzten beiden kriegen mich noch nein nein eine explosion macht ja auch immer einen ganzen schaden deswegen ich war es gekriegt was ein super raum nein so so kreis 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 freitell erst mal alle fliegen da oben so ich habe schon ein bisschen aufgeräumt ich mache die fliege halt hier auch noch was soll es alle fliegen freilassen okay flat penny dann würde ich auch noch blablabla ich will ein schlüssel flat penny macht immer wenn ich eine münze einsammel steht nur 50 prozent chance dass ich einen schlüssel kriege das ist gut aber das ist nicht gut keiner mag dich keiner mag dich nein nicht kuscheln oh gott oh gott wieso nein oh gott wie hab ich das geschafft wieso droppst du solche gegner ist unfair du gehst tot okay nur noch einen hoden ein hoden ist tot okay sehr gut noch ein futter what the fuck ich will immer noch ein schlüssel ein schlüssel okay wir gucken hier nach dem geheimen rum komm lass den geheimen rum da sein irgendwie perfekt ja okay wir gucken erst was da drin ist eine münze kein schlüssel mal mit dem unicorn nehmen wir mit und wir sprengen uns jetzt hier in den goldraum ein das wird haben wir nicht nur das war auf babylon oder war das eben gerade in dem run davor dann sind wir zu uns ist egal okay ich habe ein paar items etwas den voller wir kriegen schon wieder das geschenkt ne perücke wir sind ein mädchen wieso nein was zum vogel vogel erledige das wieso ich bin ins feuer so an schlüssel zwei bomben okay was was ja ich wollte die nicht bekämpfen fliege komm du machst sie tot nein wieso nicht okay wird danke okay wird bitte noch einmal wird da drüben danke ich brauche einen schlüssel ein paar herzen wären auch nicht schlecht zwei bomben für drei bomben lohnt sich zwei bomben okay okay nicht ernsthaft wie nein ich benutze noch eine bombe maggie nicht in den stacheln laufen sehr gut sehr gut flat penny danke scheiß stacheln ich gucke jetzt auch in shop ich habe drei schlüssel das reicht nein zuerst da hin kommt schon irgendwas das mich voll heilt okay nein nein alter unfair unfair halo fleiß nur wenigstens ich brauche das herz und ich will den kompass haben eine münze kommen eine münze schaffen wir oh gott nein das schaffen wir erst in der nächsten folge ähm ich bedanke mich fürs zuserschauen bis zum nächsten mal vors wir wir werden in Cómo das